Hallo Leute, willkommen zum mittlerweile, glaube ich, schon zwölften Part. Heute habe ich so einen anderen Gast dabei. Sag mal deinen Namen, du da. Yo. Der, 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 ja, der Recher. Der namenlose Recher. Sag mal deinen Namen, komm. Auf YouTube heiße ich wie Mensch3der4 und... Ja. Ja. Ja, Leute, ihr seht schon, er ist lustlos. Er wurde ja auch... Ich habe ihn ja auch, ähm, ich musste ihn ja hierher schleifen vor die Kiste. Ich habe ihr gesagt, nein, Daniel, lass das Buch mal aus der Hand. Komm, ne, und dann, und er hat gesagt, nein, ich will nicht. Naja. Und dann, ähm, ich musste ihn ja das Buch aus den Händen entreißen, praktisch. Ich war richtig hart für ihn. Tja. Aber nun ist er hier. Falls ihr das Knistern hört, wir essen Popcorn nebenbei. Und vom Bio-Nasen echt gut. Sorry, ich will jetzt nicht mit vollem Mund irgendeine Scheiße-Knabe. Ähm, ja. Was willst du spielen? Ähm, das. Angespielt. Das. Das Scheiße. Wie auch immer. Hat immer das drücken, was auf der Vorgabe steht, okay? Ja, ja. So halten, oder? Ja, ja. Ja, doch. Schlau. Ich seh, wie begeistert er ist, bei mir zu sein. Nein, macht es dir Spaß, mitzumachen, Mann? Ja. So eine kleine Runde zu zocken. Äh? Nein, du haust dich umgedrückt. Ha, 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 ha. Ah. Ja. Irgendwie ist es schwer, im Dunkeln die Zahlen zu erkennen, kann es sein? Wie ihr wisst, wir nehmen ja immer Dunkeln auf. Das ist ziemlich schwer, kann es sein? Rewanch, oder irre ich mich da? Naja, ähm, zumindest schnell zu finden ist es schwer. Meiner Meinung nach. Ende. Ende. Ende im Gelände. Na, da, 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 da! Ha, 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 ha! Ah, brist das, brist das, du Recher! Wie soll ich? 3, 3, 4? Hat das irgendeine Bedeutung? Nö. Hat es halt Bock, um eine nutzlose Zahl dahin zu schreiben, oder? Ja. Okay. Das verstehen wir alles. Akzeptabel. Ich will... Ja, dann kann ich nicht spielen. Nee, nicht meins. Ich habe Angst, ich will nicht spielen. Ich will es hier hin. A, B und Schüppeln. Ich mag mit der A und B drücken. Okay. Es könnte sein, dass die Kamera ein bisschen verrutscht dafür. Ähm. Entschuldige, ich bin stammt. Scheiße! Yay! Oh Gott! Ja, ja. Oh, ich weiß, ich habe einen Finger. Oh, es stimmt, der spielt. Okay. Jetzt sag ich, ich bin Mario. Oh Gott. Steinblock schlagen. Ich weiß, dieses Spiel hatten wir noch. Ähm. Schon? Ja, schon noch. Aber mit Revenge ist das auch wieder was anderes. Und das ist die Steuerung gewesen, aber ich wollte jetzt nicht zurückflicken eigentlich. Zwei. Stein. Sie. Oh. Fuck! Alter! Fuck! Haben wir jetzt überhaupt ein Spiel gewonnen? Ja! Mach mal Algen rein! Hm? Äh, ja. Ich spiele jetzt gegen euch! Oh! Das? Nein! Das? Nein! Wo? Lang! Ähm, das? Ja! Okay. Okay? Seid ich? Oh! Du rennst so, okay? Schaust du? Okay. Ach du Scheiße! Drück mal zwei! Du alter Röcher! Ja, du! Fuck! Mann, ich mag nicht! Macht dir aber Spaß! Fuck! Fisch! Warte! Ich hab dich! Nein! Warum bist du ein Arschloch? Oh, ich lose! Ja! Ja! Rewunch gewinnt! Das war auch der erste Part! Ja! Ähm, also mit ihm... Wir drehen noch einen, oder? Ja! Okay! Bye! Bye! Ja! Ja!